Ihr hört Imaginate, der Nachttannenturm, von Nina F. May, aus dem Drachenmond Verlag. Prolog Ein Heer von Schatten strömte durch das Tor zwischen den Welten. Das dunkle Geschwader setzte sich wie ein Krähenschwarm auf Häuser und verschluckte jeden Lichtstrahl, der es wagte, leicht hin durch die Luft zu tanzen. Die Schatten versteckten sich nicht länger, waren von Spionen zu Eroberern geworden, Es war ein Sturm aufgekommen, und sie ritten auf den Windböen, die die stolzen Köpfe von uralten Bäumen beugten, bis ihre Wipfel den Boden berührten. Schon hatte die schwarze Wolke das grüne Eckhaus der Koboldfamilie Brandtuck umzingelt, dem Buchladen des Bücherwurms Vermicelli und den Sitz der Königin, den Nachttannenturm. Sie drangen durch eine Ritze in der Wand in die Druckerei ein, kippten Kästen mit losen Seiten um und ließen die Sätze darauf im Nichts verschwinden, setzten sich auf die Maschinen und saugten die Tinte heraus. Die Druckmaschinen blieben wie ausgeblutete Beutetiere zurück. Das dunkle hatte Einzug ins Reich des Nachtschattenturms gehalten. Es rüstete sich für den Kampf, der diesem Land den Frieden nehmen sollte, den es so lange gehegt hatte. Bis ein Unbekannter einen Roman schrieb, der alles veränderte, und nebenbei noch die Bestsellerlisten stürmte. Dessen Hauptfigur hatte von all dem keine Ahnung, bis... Imaginate stellt euch vor. Erster Teil Weltfremd Erstes Kapitel Alles begann mit einem Blitz. Oder eher mit der rudimentären Zeichnung eines Blitzes, die irgendein Unbekannter in ein altes Buch gekritzelt hatte. Die Krakelei passte nicht zu der ehrwürdigen Strenge der Universitätsbibliothek, fand Reisel. Sie studierte in einer mittelgroßen britischen Stadt internationale Literaturwissenschaft und war im vierten Semester. Ihr blieben nur noch drei Tage, ehe die Abgabefrist für ihre Hausarbeit ablief. Der Titel sollte lauten »Chronisch unterschätzt, wie die fantastische Belletristik die großen Fragen der Menschheit verhandelt«. Reisel wollte wissenschaftlich belegen, dass Geschichten von Magie und epischen Schlachten mehr zur Literaturgeschichte beizutragen hatten als Unterhaltung und Alltagsflucht. Ein Text von ihrer Lektüre-Liste fehlte noch. Ein Aufsatz über den Drachen als Symbol, mal für chaotische Gewalt, mal für gewaltige Weisheit. Autoren und Filmemacher verwendeten dieses Motiv, um von den Ambivalenzen und Herausforderungen des Lebens zu erzählen. Laut der Empfangsdame der Bibliothek war der entsprechende Essiband endlich nach Monaten zurückgegeben worden. Voller Vorfreude betat Reisel den Lesesaal und suchte anhand der Registriernummer nach dem Band. Natürlich, er versteckte sich im obersten Regal der Bücherwand, die bis an die Stuckdecke des Raumes ragte. Und so blieb Reisel nichts anderes übrig, als die wackelige Holzleiter hochzuklettern, die vermutlich wie das Bibliotheksgebäude noch aus dem 17. Jahrhundert stammte. Auf jeden Fall knarzte sie entsprechend. Reisel stieg vorbei an Sammelbänden über antike Mythologie und moderne Märchen. Je höher sie kam, desto weniger abgegriffen wirkten die Bücherrücken. Reisel riskierte einen Blick über die Schulter. Unter sich sah sie lesende Menschen in Zwergengröße, zumindest erschienen sie aus dieser Höhe so klein. »Es ist die Perspektive der Bücher«, schoss es Reisel durch den Kopf. Ihr wurde schwindelig, und sie drehte sich rasch wieder um. Endlich fand sie den gesuchten Titel. Mit seinem unscheinbaren, mausgrauen Umschlag verriet er äußerlich nichts über die darin verborgenen Wunder. Neugier und Ungeduld erlaubten es Reisel nicht abzuwarten, bis sie wieder am Schreibtisch saß. So lehnte sie sich halssuchend an die Bücherwand und schlug die erste Seite auf. Und da war sie. Die Blitzzeichnung. Reisel hatte eine ausgeprägte Fantasie, und die simple Zeichnung reichte ihr als Inspirationsquelle völlig aus. Wer sie wohl hier hinterlassen hatte? Ein Student, der sich über eine schlechte Note geärgert hatte? Ein Leser, der vor einer langweiligen Lektüre warnte? Oder fühlte sich der Zeichner aus einem ganz anderen Grund wie vom Blitz getroffen? Reisel verlor sich im Reich ihrer Fantasie. Und als sie wieder hinunterklettern wollte, war da keine Leiter mehr. Auch kein Bücherregal zum Festklammern. So fiel sie in die Tiefe. Panisch schlug Reisel um sich, unter sich nur Luft, mit der einen Hand noch immer das Drachenbuch umklammert. Der linke Arm schrammte am etwas Dunklem, Stachligem vorbei. Doch sie fand keinen Halt und fiel weiter. So hoch war das Bücherregal nun auch wieder nicht gewesen, dachte sie, als der Aufprall ausblieb. Dann wurde sie am Schlawittchen gepackt, ihr Fall gestoppt. Irgendetwas musste sich durch die Rückseite ihres türkisfarbenen Pullovers gebohrt haben. Und jetzt hing Reisel in der Luft, wie aufgespießt. Als sie sich umdrehen wollte, riss der Stoff ihrer Kleidung und es ging weiter abwärts. Sie sah den Boden unter sich. An die Stelle der glänzenden Mahagonidielen aus der Bibliothek waren Pflastersteine getreten. Ein verspieltes Mosaik aus lilafarbenen und hellgrauen Elementen. Es wirkte sehr kunstvoll. Und sehr hart. Die Pflastersteine kamen unaufhaltsam näher. Reisels Atmung beschleunigte sich. Jetzt würde sie die Hausarbeit niemals rechtzeitig abgeben können, schoss es ihr absurderweise durch den Kopf. Etwas federte den Fall im letzten Moment ab und sie landete unsanft auf dem Rücken. Der Schock lähmte Reisels Glieder und so blieb sie zunächst einfach liegen. Über ihr keine Stuckdecke mehr, sondern ein Nachmittagshimmel, der zu unspektakulär für die jüngsten Ereignisse war. Wohin war die Bibliothek verschwunden? Oder war sie es etwa, die verschwunden war? Ihr wurde schon wieder schwindelig. Und das, obwohl sie auf dem Boden lag. Langsam bewegten sich ihre Arme und Beine. Es schien nichts gebrochen zu sein. Auch der Essiband hatte den Fall heil überstanden, was sie als seltsam tröstlich empfand. Wo war sie bloß? Reisels rappelte sich auf, setzte sich hin und strich sich eine freche Strähne aus dem Gesicht. Die hastig hineingesteckten Haarnadeln, die ihre roten Locken während der Bibliotheksarbeit im Zaum halten sollten, hatte sie beim Fall verloren. Ihr Blick fiel auf einen riesigen, beinahe unbebauten Platz, der sich in alle Richtungen erstreckte. In seiner Mitte nahm sie sich winzig aus. Voller Panik blickte sie um sich. Wie war sie bloß hierher geraten? Und wo war dieses hier eigentlich? Instinktiv wusste Reisels, dass die Bibliothek und mit ihr das altvertraute Leben weit entfernt waren. Der Gedanke ließ ihre Handflächen feucht werden. Sie nestelte an den Kordeln ihres Kapuzenpullis herum, wie stets, wenn sie nervös war. Wobei nervös eine gewaltige Untertreibung für die Beschreibung des Gefühlsaufruhes darstellte, der in ihr tobte. Sie war allein, wenn man von dem majestätischen Turm absah, der neben ihr aufragte. Er war so dunkel, dass selbst die warme Nachmittagssonne ihn nicht erhellen konnte. Aus ihrer Perspektive schien es Reisels, als schwenken sich die schimmernden Steintreppen zu einem himmelhohen Eingang hinauf. Ihr Herz begann zu rasen. Das konnte nicht möglich sein. Hatte sie sich beim Sturz von der Leiter etwa den Kopf gestoßen und fantasierte? Paralysiert blieb sie eine ganze Weile sitzen. Weiter zu atmen erschien ihr schon Herausforderungen genug. Normalerweise müsste sie sich daran erinnern können, eingeschlafen zu sein und am Ende der Geschichte würde sie aus einem Traum erwachen und in der Scheinwelt des Schlafes eine Erklärung für all das Zauberhafte finden, das sie in der Zwischenzeit erlebt hatte. Jetzt dachte sie von sich selbst schon wie von einer Romanfigur. Wenigstens würde ihr in diesem Fall garantiert eine außergewöhnliche Person begegnen und die Geschichte vorantreiben. Doch es kam niemand. Ungewissheit war für Rezel beängstigender als eine Katastrophe, der sie ins Gesicht blicken konnte. Also erklommen sie strotzig die Treppen zum Turm. Erst allmählich begriff sie, was sie da vor sich hatte. Die Fassade erinnerte nur vom Fuße des Turms aus betrachtet an einen dieser düsteren Türme, die in Märchen meist mächtige Zauberer mit einem Hang zur schwarzen Magie beherbergten. Tatsächlich bestand er aus unzähligen Tannen, die sich ineinander schmiegten und immer dunkler wurden, je weiter Rezel die Treppe hinaufstieg. Nachtfarben. Die Bäume neigten ihr die Wipfel zu und Rezel war sich nicht ganz sicher, ob sie den Eindringling begrüßen oder warnen wollten. Das also war das Stachelige gewesen, an dem sie hängen geblieben war und das ihren Fall abgefedert hatte. Ein Turm aus Tannen. Für das Stadtkind Rezel war diese Vorstellung so sonderbar, dass sie einen Moment innehielt und überlegte, ob sie wirklich weitergehen sollte. Aber was war die Alternative? Sie konnte ja nicht bis in alle Ewigkeit darauf warten, dass sie auf wundersame Weise zurück in die Bibliothek katapultiert wurde. Wobei eine Ewigkeit einen Ort wie diesen vermutlich besonders lange dauerte. Also ging Rezel weiter, bis sie bei einem Tor ankam, das aus ineinandergewobenen Ästen bestand. Bei Rezels Berührung teilten sie sich und gaben ihr den Weg frei. Noch einmal zögerte sie, ihr Herz klopfte bis zum Hals. Sie verschränkte die Arme vor der Brust, als könnte sie sich vor dem Schützen, was sie im Inneren des Turmes erwartete. Dann straffte sie die Schultern und trat ein. Das Tannentor schloss sich raschend hinter ihr und sie fühlte sich wie ein Zootier, hinter dem man die Käfigtür geschlossen hatte. Für einen Moment blieb Rezel stehen und versuchte ihre Sinne an die neue Umgebung anzupassen. Das plötzliche Dämmerlicht inmitten all der Bäume raubte ihr die Sicht. Dafür meldete sich der Geruchssinn überdeutlich. Tannengeruch mischte sich in der Luft mit dem Duft von Zimt und Flieder. Eine schwindelerregende Kombination. Alles beherrschend erstreckten sich gigantische Gewächse weit in die Höhe, die aussahen wie in Nacht schwärze getunkte Bäume. Trotz des Zwielichts wirkten die Farben hier warm. Das Sonnenlicht blitzte an manchen Stellen durch die Tannen hindurch. Rezel kam sich vor wie an einem Herbstnachmittagstag im Wald. Nur, dass sie sich nicht im Freien befand, sondern in einer Art ausladendem Ballsaal, wie sie überrascht feststellte. Rezel legte den Kopf in den Nacken und bewunderte die Bäume, die in schwindelerregende Höhen wuchsen. Ein lebendiger Organismus und sie selbst mittendrin. Dieser Gedanke war beklemmend und aufregend zugleich. Langsam begann ihre Neugier über die Angst zu triumphieren und sie schaute sich weiter um.